Mein Thema im Faktor von Natur wird sein, Krebs trotz guter Lebensqualität, wie kann sowas kommen, weshalb kommtest du sowas überhaupt und ich glaube es ist sehr wichtig zu verstehen, dass man mit einer guten Lebensqualität die Wahrscheinlichkeit, dass man Krebs bekommt, sehr wohl eliminieren kann, dass aber letztendlich der Zufall ein sehr großer Faktor ist, ob man letztendlich Krebs bekommt oder nicht. Und ich finde die Krebsforschung ist generell ein sehr entspannendes, ein sehr heiß diskutiertes Feld, vor allem in den letzten Jahren und es ist sehr wichtig, dass man eine Krankheit versteht, wie sie funktioniert, wie kommt es zu dieser Krankheit, um sozusagen einen ersten Schritt Richtung Therapie zu machen. Und über dieses Thema würde ich gerne mit jedem, der mich am Tag dann offene Tür besuchen kommt. Bild vorm. Bild vormkt im, fighter 9, oils und natürlich auf dem Ä come das ist ein ganzes Gesuka und Lukas neutral kneck. Bild vormt in die gesamte geben und das die Hochschule qutr mosque vor ії von Q4-ara zuится und Alter und Luke. Klatsch dazu langsam sind am wir zum Über Feedback prekültigen. vog میں kein Krank.